Hallo und herzlich Willkommen zurück zu unserem Let's Play 2 Raft, mit dabei natürlich Zorro. Hallo! Bleistig am Sammeln, wie wir ihn kennen, aber er wirft immer daneben so wie ich. Ja das stimmt, das klappt ja nicht, also das ist ein dummes Patent. So, wir sind halt immer noch verzweifelt auf der Suche nach einer Insel, wo man hochkommt. Es ist traurig, aber wir sind ganz nah an unserem Ofen, also ein Ton fehlt mir. Ein Ton, ja. So, Fluffsteak, es ist flötengegängst. Dann ist es jetzt schon wieder Nacht und wir haben noch kein Bett. Ja, aber ich finde, wir benutzen die Ressourcen für wichtigere Dinge gerade, wie die Sammelnetze und Essen, Trinken. Ja, nützt alles nix. Natürlich wäre ein Bett angenehm, aber wir können nicht alles haben. So, fünf Dinger haben wir jetzt, ne? Hier, wie heißt's? Fünf Dinger, genau. Ja, fünf Dinger. Fünf Ziege, jetzt hab ich's. Was mach ich mit den, ah, kann man, warte mal, die Muschel, kann ich die erforschen, eventuell? Ey, geh weg. Muschel, Muschel, Muschel. Öffnen. Oh, da ist ein Reft, da hinten. Erforschen. Oh, jetzt noch was essen. Vogelnest gelernt. Ein Vogelnest, ey, Mensch, vielleicht kriegen wir denn Eier. Eier, Federn, ich weiß gar nicht, Federn, vielleicht wie bei Seven Days für Feile, ich weiß es nicht. Für Feile, da war doch was. Aber wir haben ja nicht mal einen Buben. So, ich würde sagen, hier machen wir noch so ein Ding hin. So. Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir hier... Koch endlich. Koch endlich. Nein, 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 nein. Guck mal, Zobach. Ja. Ich würde hier, naja, wenn du einfach laufen kannst, andere Seite. Ähm, warte, warte, warte. Äh, ähm, wo ist denn jetzt die... Bist du, ähm... Bist du verwirrt? Ja. Brauchst du Hilfe? Nein, also... Soll ich einen Arzt rufen? Ja, glaube ich schon. Das ist eine gute Sache. Mach mal. Einen Arzt? Warte mal, so zack und essen. Oh, ja. Ich stink ein bisschen aus dem Hals hier. Sie haben einen Zwiebeln gefressen. Nützt dir nicht, sonst verreck ich dir doch. Mann, wir haben... Ich brauche wirklich mehr Platz. Ich brauche Abstand. Dreh dich mal um. Guck mal, hier will ich... Hier will ich jetzt nochmal Sammelnetzen hinmachen. Oh ja, das ist gut. Das klingt. Das ist eine Maßnahme. Das ist gut. Oh, ich hab Hunger, Alter. Hab ich Hunger. Ich hab Hunger. Also, wir haben auch viele Kartoffeln. Ich ernte immer wieder die Kartoffeln. Und außer wenn du Hunger hast, hier ist eine Melone. Guck mal, die kannst du ernten. Und gleich wieder einpflanzen. Ja, ich versuche jetzt erstmal ein bisschen Fischer zu fangen. Fischer zu fangen? Ja, das könnte ich auch machen, bis die andere kaputt ist. Und dann... Dann hab ich wieder einen Platz mehr. Ich fuchse, ne? Ja, das muss ich sagen. Huh, er ist schon wieder da. Er ist schon wieder da. Äh... Lass los, lass los. Zwei. Und da. Lass los. Lass los. Lass los. Alter, freut. Da muss ich erst kommen und zustechen, dass er los muss. Ah, ist ein Viech, du. So. Ich war noch nie richtig satt, glaube ich. Ich hab auch schon wieder tursten können, der was essen ist. Ja, nimmst du die Melone jetzt oder nicht? Ne, du die. Ne, du die. Nimm ich die. Oh, dann düttel dich dran. Äh, äh. Kennst du den Film Dirty Dancing? Ja, klar. Ich trage... Ich trage nur die Melone. Den musste ich schon ein paar Mal sehen. Ich... Das kenn ich irgendwoher. Tja, jetzt sollen wir den Film gucken. Ah. Der ist schon so gut. Ja, gut, der... Woher kenn ich das bloß? Boah. Was tun wir nicht alles für die Frauen? Was tun wir nicht alles? Ja. So. Genau. Also so langsam wird's doch. Wir werden größer, wir bauen die nächsten Sammelnetze hier. Ganz genau. Also ist ein bisschen langwierig, ne? Ja, gut. Der Start ist so ein bisschen langwierig. Ich denke mal, wenn wir das große, ähm, den großen Grill und so haben. Ja. Und die Anbaufläche, dass wir dann Holz da immer rausholen können. Genau. Dann wird das ein bisschen einfacher. Ja. Aber das dauert halt. Und das ist das Spiel. Und ich finde es auch immer blöd, da was rauszukratten, ganz ehrlich. Genau. Dann bist du ja durch! Dann bist du ja durch! Ja, ich bin halt immer der Verfechter, das Spiel zu zeigen, wie es ist. Und es ist einfach so, dass man auch Zeit braucht. Und nicht alles irgendwie in drei Folgen komplett durch hat. Mein Reden, mein Reden. Ja, ja. Und außerdem ist es doch auch mal entspannt. Gut, alleine weiß ich nicht, ob das... Gut, ein entspannter Abend ist schon, aber zu zweit ist einfach um einiges besser. Ja, natürlich. Einiges mehr Spaß. So wie Seven Days. Ganz genau. Alleine auch cool, aber man kann es zu zweit, oder dritt, wie nachdem. Ja, mach doch mal hin. Es ist einfach schöner. Es macht viel mehr Spaß. Ja. Es macht viel mehr Spaß, finde ich persönlich. So, was haben wir denn hier noch an Fisch? Oh, immer Krele. Meine Angle ist klar. Ja, meine auch. Ich habe ein... Hast du? Ich habe eine Flasche. Ne, da hinten steht schon eine. Guck, ich habe gewusst, du sollst. Ich habe es gewusst. Da ist eine Ferse drauf, ne? Ja, da kannst du, glaube ich, was reinmachen irgendwie. Mispich! Mispich! Ernten. Ich ernte jetzt hier mal. So, die Kartoffeln. Jetzt kann ich gleich wieder reinmachen. Ba, 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 ba. Hihi, eine Planke. Warum bist du denn wieder schneller als ich? Das ist doch wieder eine Schweinerei hier. Was denn? Warum hast du so viele Planken? Komm her, Planke, Planke. Komm her. Ich sammle. Komm her. Weißt du, ich vergnüge mich nicht mit den Flaschen hier. Ich sammle. Komm her. Flasche, Planke. Oh, jetzt sei. Hallo, hi. Ich schwimme noch direkt ins Maul. Da kenne ich ja nix. Ja, du willst dann an unserer Beziehung arbeiten, ne? Ja, genau. So, ich bin wieder da. Guck, ich helfe dir, mich zu fressen. Jetzt sei mal ein Netzer zu mir. Lass mal eine Zähne sehen. Ich gucke mal da, Kari, das kann ich dir sagen. So, oh, was bringt das? Die Netze bringen echt was. Mhm. Wenn wir die wirklich auf zwei Seiten haben, ne? Ja, mittlerweile. Perfekt wäre das. Ja. Was hast du gegessen? Nein, lass die Kartoffeln in Ruhe. Ach so. Genau. Ähm. Planke platzieren. Aber so mittlerweile haben wir auch ein bisschen mehr Platz, ne? Man kann sich richtig bewegen hier drauf. Ja, das stimmt. Planke platzieren. Oh Mist, jetzt hab ich wieder zu wenig. Hahaha. Ja, das ist halt immer das Spiel, ne? Das ist... Aber wir müssen ja essen und trinken. Das geht ja nicht. Wie lange platzieren? Wie lange platzieren? Hab ich doch schon. Aber du kannst ja drei Stück drauf machen, weißt du. Nicht trinken. Für Sicherheit einfüllen. So. So. Trinken. Wasser. Einfüllen. So. Schön. Ich will hier nichts platzieren. Geh weg. Ähm, du. Die blöde Böwe. Ähm, wenn du was anpflanzt, musst du darauf achten, dass du dem auch Wasser machst, ne? Drauf machst. Guck. Wenn du hier drauf gehst, brauchst du frisches Wasser. Ach stimmt, da war doch was. Also, wir hatten, die letzten Folgen musste ich's nie machen. Weil da das Floß immer unter Wasser ging, dann wurden die Gewässer tatsächlich. Also, so schlau ist das Spiel dann schon. Oh ja. Wenn's regnet und so, dann musste das nicht. Må. 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 Plank. Komm her. Was ist denn los? Äh, hi. Oh ja, Plank. Plank. Komm her, Plank. Wo bist denn du? Da, zack. Genau, er spielt nun ein Hai und ähm, ich will auch küschen. Ich hab ein bisschen gekuschelt, aber der hat trotzdem was weggefressen, der Arsch. Ja, ich merk das schon. Zaff, zack. Huah. Ei, ei, ei. Hu, äh, äh, Mist, krieg ich nicht mehr. Das Insel, das Insel. Wo, 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 wo? Eine Insel. Und wie das so, wo? Wir fahren da mal hin. Ist das dieselbe? Kann das sein? Ähm, da fahren wir hier im Kreis rum. So viel dazu, dass wir nicht im Kreis fahren. Ich weiß nicht, kriegen wir auch einen Kompass hier oder sowas? Das wäre nochmal eine super Sache. Ich weiß es nicht. Wenn das jetzt wirklich dieselbe Insel ist. Aber ist egal, auch wenn man nicht hochkommt, natürlich ist es schade, wegen Holz und so. Aber, ähm, Ton. Ton, Ton und Sand. Genau, das ist schon gar nicht schlecht. Ich trete mal ein bisschen am Rad hier. Ich dreh am Rad. Das machst du öfters. So, wir parken mal. Versuch uns rein zu navigieren in das Loch. Dann kann man da nämlich wieder... Ich versuch gerade. Ich versuch gerade so ein bisschen rein. Komm her. So. Bisschen darüber. Oh, das ist schon gar nicht schlecht, ne? Ah. Ah, so langsam kommt das hin. Mal, äh, 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 äh. Okay, Sand gibt's hier schon mal. Stand, Sand, Ton. Ich seh'n Ton. Äh, da hin. Blöde Möwe, blöde Möwe. Möwe, Möwe. Möwe. Ah, Mistviech. Geblutet hat sie, aber sie lebt immer noch. Mistmöwe. So, jetzt ist die Frage. Hast du noch eine Angel? Klängenwipfel, Herr Hesten. Nö. Mö. Das heißt, wir haben keinen Köder, ne? Nein. Okay. Das heißt, äh... Doch, einen Köder kann ich herstellen. Ich sag, mach mal Köder. Kannst du einen Köder? Ja, dann mach einen Köder. Und dann warten wir diesmal, bis er darauf reinbeißt. Na, du kleiner Drecksköder. Äh, Köder. Pass auf. So. Hoppala. Ja, da. Jetzt kommt er. Und ja, los, reingehs Wasser. Schnell, schnell, schnell. Schau raus. Sofort, sofort, sofort. Jetzt musst du noch was trinken. Wupp. Ah, hier. Sand, keine Ahnung, wozu wir Sand brauchen. Ja, auch so. Auch für den... Ah, gut. Das ist auch für den... Steine. Ich mach mal Steine mit. Für den Ziegel auf jeden Fall. Steine, Steine. Oh, nach oben. Kurz mal durchatmen. So. Alles klar. Weiter. Sand. Ton, Ton, Ton. Einen Ton hab ich. Also du hast einen, ne? Einen Ton hatte ich, äh, ja. Ja, gut. Ja, zum Ton kann ich auch singen. Da find ich mehrere Töne. Aber das sind alles falsche Töne. Ja, besser falscher als kein... Ich weiß nicht, was man mit diesen Muscheln machen kann. Ich weiß auch. Also ich hab's erforscht und das war halt, äh, das Vogelnest. Vielleicht brauchst du's dafür. Für's Vogelnest. Ist da eine Ange oder was? Ja, der ist witzig. Der Heißner ist klar. Alles klar. Schrott. So, jetzt... Jetzt haben wir auf jeden Fall dann genug für... Nein, mein Haken ist kaputt. Ach, Mensch. Hier ist noch mehr Ton. Hier ist noch mehr Ton und mein Haken ist im Allendings. Das ist natürlich ärgerlich. Haken, Haken. Schnell herstellen. Zack, zack. Los. Schnell, schnell. Bevor der Wach wird. Der Knecht. Los, schwimm noch. So, haben wir. Jetzt ist mein Haken kaputt. Äh. So. Ich hänge im Boot fest. Ich hänge im Boot fest. Oh. Schön, los. Und der Heiß ist wieder da. Komm, wieder hoch. Ich bin schon... Ich bin da. Der hat mich schon angeknabbert. Ich sehe nix. Zwei Möbel. So, geht's los. Oh, Alter, Freund. Ich wäre ja fast, also, kritisch gestorben. Ich bleibe mir fest. Was, kritisch gestorben? Ja, ja. Ich kriege dir das an. Planke platziert. Ich habe nicht... Hast du überhaupt noch flanken oder... Ich habe nicht meinen Haken mehr. Okay, wir müssen hier weg auf jeden Fall. Ton. Was mache ich mit Ton? Äh, Ton, 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 Ton. Den Ziegel herstellen. Ziegel, Ziegel, Ziegel. Wo waren die denn? Bei Ressourcen, bei dem... ähm... Nagel- oder Schraubensymbol. Nasser Ziegel. Stell mal her. So, habe ich. Und dann musst du hier hinlegen. Lass sie trocknen. Hier, egal, irgendwo. Ich komme, ich komme, ich komme. Obst, da liegt er. Was essen? Dorcht. Ich habe dorcht. Ja, dann trink. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Wenn das getrocknet ist, kann ich schmelzen. Ich habe keine Planken mehr. Oh, ich habe nichts mehr. Ja, ich auch nicht. Wir müssen weg hier, dass wir wieder sammeln können. Das ist traurig, wie es ist. Wir kommen nicht hoch. Ich habe kein... Ich habe nicht mal mehr... Ähm... Genug Ressourcen für... Nen Haken. Nicht mal das. Ne, nicht mal das. Das Tolle ist, wir haben immer noch unseren Anger, ne? Das ist ja schon genial. Ja. Das... Wo schwimmen wir denn mal so hin? Einfach erst mal dahin, wo es Planken gibt. Dass ich mir einen Haken bauen kann. Ja. Aha. Aber die wird schon größer, unsere Auslingsplattform hier. Muss ich schon sagen. Doch, das ist schon. Langsam. Hier fehlt nur noch ein Netz. Dann haben wir die Seite auch. Machen wir das auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal. Und es fehlen Planken. Hast du nicht eine Planker noch? Ne, ich habe gar keine. Okay, wir haben ein Problem mit Wasser. Also das ist hier. Unser Fisch ist auch nicht trocken. Äh, durch. Da sind aber schon Planken. Die kommen schon. Ich kann mir jetzt erst mal einen Haken bauen. Gut. Komm her. So. So. Haust du ab, du Mistviech. Soll ich nochmal hier Planken platzieren für das Trinken. Ja. Wichtig. Trinken, essen. Essen, ja. Festchen. Komm hier, mein Freund. So. So, schwimm da mal rein. Och, komm. Das weißt du nicht dein Ernst. Nicht doch. Nur aber. Ist da nicht. Das ist doch jetzt nie. Aua. Der Hai hat mich, hat mich schon wieder angekaut. Aber was soll ich machen? Wir brauchen ja ganz dringend Planken. Also, ich sammle die aus dem Netz. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht soll ich das nachlassen. Der kommt nochmal. Komm, hopp. Ja, ich versuch gerade. Aua. Hat er dich noch erwischt? Ich bin gerade noch so am Arsch gepackt. Mistfähig. Irgendes. So, Süßwasser. Trinken. Wasser. So. Zack. Läuft. So. Barschi, wann bist du fertig? Barschi. Ich habe noch so eine kleine Sprotte hier. Die möchte auch gerne mal gebraten werden. So. Wo ist sie? So. Zack. Da, da, da. Er ist schon wieder da. Da, da, da. Da, da, da. Blöde, blöde, blöde. Nein. Nein. Stecht ihn ab, den stecht. Musst du auch den Sperr in die Hand nehmen dafür. Ja, ja, ja. Das ist nur so ein Tipp. Ich hätte das gerne reparieren wollen, aber es geht nicht. So. Repariert habe ich es. Und ich bin abgestürzt mal wieder. Wir bauten da auch so ein Loch rein. Ja, ehrlich. Den Unterart trocken. Ziegel trocknet. Obwohl, dafür brauchen wir auch wieder Planken. Und Sand brauchen wir für Glas übrigens auch. Sand? Ich habe zweimal Sand. Ja, wenn wir das in die Schmelze dann packen, dann können wir Sand. Komm her, mein Fass. Komm her. Ich warte hier sozusagen. So. Was haben wir gefunden? Schrottstein, rohe Kartoffeln und eine Planke. Ja. Eine Ganze. Eine Ganze. Das spielt Trolltens ein bisschen. Weißt du, mir geht es um dein Inventar, wenn das weg ist. Ja, das stimmt. Das ist natürlich katastrophal. Vielleicht sollten wir nochmal so eine Kiste bauen. Was kostet denn so eine Kiste denn da? Kleines Lagerdings. Kann ich bauen? Na, dann sollten wir vielleicht noch eine bauen. Ich habe noch eine gebaut. Dann machen wir tatsächlich eine mit nur Essen und so. Und dann eine Ressource vielleicht. So, eine mit nur Essen. Genau. Puss mal auf. Inventar. Das, das, das. Ich habe einen Schuh. Hast du einen Schuh? Möglicherweise können Sie etwas darin pflanzen. Hey. In einem Schuh. so dann ist es so wie ein einzelner in der einzelnen anbaufläche oder was jetzt habe ich keine melonsamen gekriegt das ist doch gemein das ist mies trockenziegel trockenziegel inventar schuhe so schmal sich damit rein planke platzieren so habe ich noch ein fisch hier oben hast du noch einen schrott wir brauchen noch nägel und schrotten ich habe kein schrott gesammelt das holz holzchen planke hallo planke mensch habe ich hier im lager so was ist da schön 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 die kartoffeln können wir auch immer braten oder kann man was tolles ja wahrscheinlich später aber das dauert noch so lange du kannst du braten so mein test hier so hei 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 da planke hallo hallo planke ich habe noch gar nicht gemerkt was ich gemacht da ist noch eine planke so er merkt das nicht ah cool das ist ja hammer was machen wir damit ja schmelzen was brauchen wir für den einfachen reiniger metallerz ich habe hier metallerz ja kann man das da reinschmeißen ja kannst du aber wir könnten auch mach erstmal dings rein wie heißt denn dings sand 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 dass wir das erforschen können dass man das besser den besseren rein kriegt ja aber wie kann ich das machen einfach sand in die hand nehmen dann mit ehe glaube ich denke ich ich muss mal auf sand in die hand nehmen hallo sand sand platzieren wir machen glas und das können wir dann erforschen und dann können wir diesen scheiß diesen reiniger bauen diesen besseren weil da brauchst du keine planken das weiß ich das habe ich schon gesehen können wir das schon bauen nee deswegen müssen wir es ja erforschen deswegen brauchen wir eine glasplatte und die musst du dann da in den erforschungstisch da stecken nicht nur alles federn was haben wir im scharnier scharnier leiterplatte eine leiderplatte nicht scharnier kann man scharniere bauen ja kann man aber müssen wir halt auch erforschen da war doch was ja da brauchen wir erstmal eins um das da rein zu stecken hängematte oh das können wir auch zum schlafen nehmen glas aber ist alles zu teuer fortschrittlicher reiniger genau das ist es das ist natürlich Hammer wenn das klappt dann können wir den anderen nämlich abreißen oh oh ich verhunger sehe ich gerade haben wir noch irgendwo was zu mampfen ich hoffe ja eine kartoffel wo bist du wo bist du wo bist du bist du weg bist du weg weg ich hast du überhaupt einen Sperr in der Hand ja bei mir hast du keinen in der Hand deswegen die habe ich okay so also auf jeden Fall diese Dinger diese Metze sammeln ordentlich ein das finde ich super ja glas aufnehmen ich habe Glas in der Hand ja und das kannst du jetzt auch in die Forschungsstation da legen oder ja hier glas zack forschen und erlernen wop juhu nice super wo ist denn das Teil gucke ich auch ein Vogelnest hattest du das nicht gemacht ne ich habe es nur erforscht achso hier ist der einfachere Reiniger wir brauchen vier klar dann könnte ich es machen dann ist es ja klar ja klar wenn wir das haben dann brauchen wir keine Sorgen mehr mit was keine Blanken mehr Sand platzieren ich habe nochmal eine Handvoll Sand aber nur einen wie weit ist das jetzt im Grund ich glaube das schaffen wir nicht sagst du es mir dann ja ja plump 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 verrät ne um Gottes willen ne wir brauchen halt wieder eine Insel ja eine Insel da können wir auch Metallärzte und so sammeln also ja aber so langsam wird es doch was ja so langsam also da fallen ja auch diese Netze die Hilfen Hilfen unheimlich ähm ja aber wie sieht es hier aus äh äh Planke platzieren vergiss es nein ich muss die platzieren da auch so wir brauchen ja was zu trinken und zu essen zur Not ja gut ich habe jetzt immer Kartoffel draufgeschlossen ich weiß was mache ich mit der so blöde Muschel da ist auch keine Beschreibung ne vielleicht brauchen wir da eine größere ähm größere Grill oder sowas Muschelgrill weiß nicht Muschelgrill ja vielleicht kann man da auch die Muschelkette draus machen ja stimmt damit jeder weiß wo wir herkommen so Kartoffel oh platzieren und essen oh da hinten ist ein ähm ähm Dingens sag schnell äh 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 Dingens Kloß oh kommen wir da noch hin ändern wir mal die Richtung ja ich versuch's grad was hat denn unsere kleinen Wümpel oh die sagt das geht die sagt das geht das klappt Freunde das klappt richtige Richtung bezweifelt das dass wir da noch hinkommen der Hai der Hai schwimmt schon wieder drum rum ja den lass mal ruhig schwimmen ja Blödsinn ich würde lieber versinken es sehen den Arsch wir werden keine Freunde mehr das weiß ich na komm na komm her oh hey was machst du ich ich kämpfe ich bin durch das Loch gefallen wieder mal welches Loch dann hier das Loch ach doch das Loch wir brauchen noch ein Netz Netz und Doppeln ähm wie machen wir das jetzt ich schwimme da hin äh äh das schwimmt da so und ähm was haben wir hier vorhin das Kiste aufnehmen ei super Fischeintopf oh ich gehe unter so Sand hast du keinen mehr ne Sand hab ich nicht mehr nein okay dann machen wir jetzt Kupfer rein was machen wir mit der Fischsuppe ja auch ist halt ein Rezept da brauchen wir halt einen Topf dafür das äh dauert noch Planke platziert ich hab da jetzt Kupfer rein weil Bios ist ja nicht mal gut Glas hast du auch bewahrt ja klar das hab ich gerade wenn ich hier das Rezept reinschmeiße und was denn erforschen geht nicht warum nicht Fischeintopf ne 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 das muss ich in einen Topf rein tun ja wenn wir einen Topf haben also das ist so ein Kochutensil irgendwie ein Topf so eine richtige Station glaube ich okay Glas Glas ist so ein Problem so was haben wir hier noch was hab ich denn so eigentlich eingesammelt Schrott Seile so leere Flasche können wir jetzt und ein Bogen und ein Bogen ein einfacher Bogen hab ich gerade gelernt sehr cool was brauchen wir dafür Seile und diesen Klipper was wir aus dieser Gletterpflanze kriegen was wir auch schmelzen müssen das Loch ist beseitigt nice endlich ich kann nicht mehr abstürzen ganz genau ich schluss gut und dann würde ich sagen war es das für die Folge ne das ist doch ein schöner schönes Ende wir haben einen Ofen gekriegt eine Schmelze eine Schmelze eine Schmelze wir haben unsere unsere Netzfanggerätschaften haben wir erweitert ich verhunger mal wieder also alles beim alten ja das wird nicht besser ja gut dann würde ich sagen da war es das für die Folge vergesst nicht beide Kanäle zu abonnieren damit ihr nicht zu verpasst ich wusste es ich wusste es ich wusste es der wird noch wieder ja hier tot du nimmst schon das der ist tot der ist tot ja Piks 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 ich hau nochmal drauf wo bist du jetzt komm mir ja Hi Kopf oh lecker den kannst du aufziehen echt ich hab noch mehr wo ist der Hai noch da nein die Piks ich hab keine Pieke mehr ach mäßig ich kann nicht weil ich warte vielleicht kann ich noch der ist nicht hier komm her ja dann schau noch hier noch ist noch Futter drin ich hab dreimal ja aber ich kann doch nicht mehr runter wenn ich dann das werft ja egal komm komm zurück komm zurück blödes Hai blödes Hai blödes Hai gut dann war's jetzt wirklich für die Folge wir sehen noch zu wie Zowa hier springt und macht und tut vergesst nicht die Kanäle beide Kanäle zu abonnieren und damit ihr nichts mehr verpasst und ja schreibt in die Kommentare was wir alles versaut haben vergessen haben ich steh' in der Zwiebel okay bis zum nächsten Mal haut rein bis dann ciao 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 ciao